hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge anno 1404 ich habe mir meine scorpio geschnappt und bin mal auf dem weg in meine haupt also zu meiner hauptinsel weil wir haben uns überlegt dass wir weizen brauchen und kräuter brauchen für bier und brot bier und brot werde ich nun doch nicht hier auf der insel von wolfshaven anbauen sondern wir haben zusammen mit meinem sohn schon mal geguckt wir werden hier auf diese insel gehen die sich erst näher aber wir auf diese insel gehen weil sie näher ist auch wenn man was hier zu hause ist haben wir uns entschlossen wir siedeln uns hier einfach mit ein erstens mal haben wir hier sehr sehr viel wälder weil wir ja dann auch irgendwann ich glaube potasche für das glas brauchen das heißt wir brauchen wieder wälder und co so dass ich hier versuchen werde glas und co alles also ist ja gar nicht wahr potasch brauchen wir gar nicht hier anbauen das machen wir auf den inseln hier unten mit glaube ich weiß ich nicht erst mal beschäftige ich mich heute mit brot und bier und das machen wir auf dieser insel hier weil wir hier zwar auch hanf haben auch was ja nicht schlimm getreide und halt die kräuter für den kräutergarten haben so und dann werden wir unsere skorpio jetzt hier mal mit allen möglichen dingen beladen die wir also brauchen könnten zum bauen erstmal braucht mehr für das kontor sachen dann brauchen wir glaube ich noch stein da nehmen wir gleich mal mit was wir kriegen können wir sind also voll beladen nehmen unsere skorpions target und ich denke mal dass wir denn ja das ist jetzt die frage eigentlich würde ich ganz gern auf dieser seite hier landen damit wir den kürzesten weg zu uns haben das heißt wir werden hierhin segeln ja also wie gesagt wird werde das versuchen alles auf einer insel zu produzieren das heißt das brot brauchen wir ja zwei getreide farm habe ich im internet mal geschaut dann brauchen wir eine mühle und ein backhaus ja um das ideal zu gestalten und damit wir hier uns nicht auf der hauptinsel hier unten noch unnötig platz wegnehmen habe ich gedacht wir machen diese brotproduktion komplett hier dass wir das brot von hier exportieren und demzufolge werden wir hier schon zwei getreide fahren mindestens haben ist es nicht weiter schlimm dann bauen wir doch gleich noch eine dritte dran und dann können wir uns an das bier machen ja da brauchen wir ja auch hier diese kräuter für das werden jetzt einfach mal machen so wir bauen ein kontor und zwar bauen wir das ja ich würde sagen wir bauen es einfach hierhin ja danke 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 auch wenn du nervst mit einer singerei ja sind wir ja so langsam aber sicher doch dabei meine güte mach mal diesen stress so wir brauchen für die patrizia super für die patrizia erstmal weizenfarmen und da wie gesagt brot und bier wollen wir alles hier gleich machen brot und bier alles hier oh mein gott geht schon wieder los ich denke das machen wir gleich hier wie bauen wir denn im idealfall vielleicht einfach hier so quer hintereinander weg dass das alles schön nebeneinander ist und die verarbeitenden dann dann da so drunter ist vielleicht sinnvoll so das heißt wir machen hier gleich noch mal ein markthaus nebenan zack dann haben wir nämlich gleich erst mal ordentlich ja ich denke das ist okay also ordentlich fläche zum anbauen dann setzen wir hier unten gleich unsere farmen hin jetzt jetzt erstmal die felder das war so weit dran wollte ich gar nicht wie viele felder können wir bauen drei zwei sagen drei also ein bisschen unklar war jetzt wegen der straße egal 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 da können wir ja hier so eine verbindungsstraße vielleicht auch machen und das ganz ideal zu halten und zwar machen wir das erstmal bauen wir alle felder dran da machen wir hier so eine straße ja ich glaube das ist ganz gut und zwar wartet ich zeige euch gleich was ich meine ich bin manchmal etwas verwirrend ja ich gebe es zu und zack so dann können die hier nämlich rumgondeln wie sie wollen und wir haben ja recherchiert recherchiert ich werde gucken ist jetzt das sieht jetzt nur so bescheiden aus ich setze meine felder hier oben dran na gut dann fehlt da halt eine lücke aber zur not könnten wir jetzt hier noch eins bauen das heißt wir brauchen eine straße die kriegen wir hier her die setzen wir einfach hier runter so guckt mal schon ist alles miteinander verbunden haben wir unsere drei getreidefarmen ich sage immer weizen aber es ist halt allgemein getreide damit gemeint so dann fangen wir an getreide haben wir im klostergarten wir gucken einfach mal ob wir den auch gleich bauen können ähm mmm mühle backhaus waffenschmiede stadtmauer klostergarten da brauchen wir natürlich noch mehr patrizia egal dann haben wir jetzt erstmal einen weizenüberschuss was ja nicht weiter dramatisch ist glas okay wissen wir ja schon haben wir noch nicht so markthaus wollen wir natürlich nicht wir wollen hier weitermachen wir machen eine mühle und die mühle müssen wir jetzt so platzieren dass hier im ideal fall alle häuschen so dran sind oder wie ja ich würde sagen die stellen wir hier direkt auch dran an die straße mühle ist angegeben mit nur einmal und fürs backhaus haben wir nicht genug holz machen wir hier einen holzfäller hin ach ich möchte eigentlich so ungern so ungern warte mal den vogt den hatte ich noch nicht ne wo ist denn der eigentlich war der hier große statue armenhaus habe ich schon ne der vogt kommt glaube ich erst hier hinten ne oh ich bin schon wieder ja völlig verwirrt klostergarten glas schmelze gerberei ja das muss man ja auch alles noch machen bergfried ich glaube das ist es der ja so einen vogt haben wir nämlich noch nicht schade sehr 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 schade brunnen ich gucke jetzt einfach mal kurz noch durch nicht dass ich hier wieder ne sowas habe ich leider noch nicht ok wir können also hier noch gar keinen bauen den gondeln war jetzt einfach ganz schnell hierher ehe wir jetzt hier noch mehr geld erfreut würdet ihr mir diesen dienst erweisen ähm zeichen faden verloren das hat mich doch gut aber noch nicht ja ich jetzt noch ein gebäude baue was uns hier unten unserer bilanz wieder hindert ähm hol ich mir hier was holz von hier her so wir suchen eine hexe na das ist ja toll dann gucken wir mal ob wir die hexe hier schnell finden naja ich vermute mal dass du die bevölkerung kann ihr bedürfnis nach glauben nicht stillen ja 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 geht mir doch nicht auf den zünder ich kann es doch nicht ändern noch jedenfalls nicht also ich sehe hier keine hexe Auftragsobjekt lasst mich euch folgende bitte vortragen ach also jetzt wollen sie wieder alle auf einmal irgendetwas haben wir gucken mal in die andere Richtung die muss hier irgendwo sein sollten wir uns vielleicht mal drehen dass wir die gute frau hier auch sehen ich bin wahrscheinlich blind und ihr lacht euch schon wieder schäckig dass ich die nicht sehe aber ganz ehrlich ich sehe hier niemanden ich gucke mal gucken wir mal dort hin ach da ist er da ist er guckt euch das an na die sieht doch schon so aus sie haben die gesuchte person gefunden das ist ja schön habe ich gefunden so wir haben hier unsere skorpio gebracht die bekommt jetzt von uns ne hier muss ich gucken immer so viel holz ich nehme gleich mal ein bisschen mehr mit genau so und dann fahren wir mit der skorpio wieder hier zurück und dann müsste ich ja eigentlich noch ein schiff hier haben ne ne habe ich jetzt nicht mehr das ist hier so mit der können wir ja diesen auftrag machen so ganz nebenbei zack da können wir die da so ein bisschen gondeln lassen in der zeit machen wir hier weiter drehe mich wieder zurück dass die perspektive für mich wieder passt ich weiß nicht ob euch das auch so geht ach guck mal die ernten hier schon na schön mit einer sense ast rein super 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 und wir machen echt verlust ja finde ich nicht gut also mal bevor wir hier weiter bauen und weiter in die miesen gehen die sind so unglücklich haben wir hier noch bürger ich wusste immer dass ihr diese stadt zu wohlstand führen wird mal sehen ob du das jetzt auch noch so siehst nachdem ich dir die steuern erhöht habe so die bürger setzen wir auch mal in den gelben bereich wieder rein jetzt sind wir wenigstens nicht mehr so krass in den niesen so ich denke wenn man dann vielleicht auch hier unser oh ich hatte noch holz toll 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 egal nie beenden möchte ich das jetzt natürlich nicht so dann bauen wir hier ein backhaus hin das stellen wir gleich hier daneben super das heißt wir müssen wieder in unseren hafen zurück und was brauchen wir in unserem hafen ein kleines handelsschiff eine seilerei das ist ja auch toll Leute ihr meint es nicht gut mit mir haben wir denn schon eine seilerei ne die wollten wir eigentlich glaube ich bauen ich bin mir aber nicht ganz sicher komm die bauen wir gleich hier vorne hin dann brauchen wir noch ein paar seile und dann bauen wir uns noch ein handelsschiff dazu was uns das brot von hier oben runter bringt so jetzt muss ich noch mal schauen was brauchte ich noch ich brauche noch patricia witzig wie viel patricia haben wir müssen wir wieder hier auf den marktplatz ah die können bürger werden ah ok 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 ach leute das kann ich gerade so gar nicht gebrauchen so 450 patricia habe ich das problem ist ja eher oh dass mein spiel nicht so mitmachen möchte so was ist denn jetzt hier mein schiff mach es platt oh gott wir sind fast tot schreienfleister das gefällt mir jetzt überhaupt nicht so der zerstört uns jetzt unser einziges kriegsschiff was wir haben ne toll ich würde sagen schaffen wir das noch schaffen wir es nicht oder flüchten wir lieber oh 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 bam nein der zerstört uns ja zu spät toll naja gut dann ist das jetzt so dann können wir es jetzt nicht ändern dann machen wir aber den auftrag jetzt auch nicht fertig wir haben ja hier auch keins das ist ein flaggschiff das ist eh nicht unseres können wir mal durch tappen das steht hier das ist richtig wie mehr haben wir jetzt nicht mehr das kann ja nicht sein wir haben ja hier noch eins ne da ja der ist auf der gewürzroute da kann ich nur hoffen dass der mir den ja nicht kaputt macht naja gut dann aber dann ist es halt auch so da fehlt es an glauben verdammt so ein Mist ok was brauchen wir denn jetzt hier noch Waffen haben wir nicht ach Menno ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt kriegerisch werden eine Waffenschmiede wollen wir die auch gleich hier unten mit in diese Produktionskette einbinden ich glaube ja ne eine Waffenschmiede habe ich das hier auch irgendwo auf meinem schlauen Zettel nicht dass mir jetzt wieder irgendwas anderes dadurch fehlt das möchte ich natürlich nicht seht ihr jetzt hört er das schon und am Blättern verschiedene Seile, Messing, Werkzeuge, Mosaik und das kommt auch alles noch also es wird noch interessant ich sehe mich schon verzweifeln Waffen dafür brauche ich eine Eisenschmelze, eine Eisenmine ja seht ihr und ich denke mal wir haben ja hier ein Eisenvorkommen ich glaube wir bauen einfach mal gleich noch eine Eisenmine hier dran und hier gleich mit Straße zack das ist aber eine unschöne Straße ähm was brauchen wir dafür noch also eine Eisenmine einmal eine Köhlerhütte na gut die haben na gut die haben na gut der wird ja jetzt auch nicht reichen den wir da haben setzen wir den hier in die Mitte ach das ist ja hier ein Gebauer ist ja schlimm richtig schlimm so und dann bauen wir dem einfach nochmal ein bisschen was an so und dann produziert der nämlich wieder besser und noch eine Eisenschmelze ich glaube wir machen das hier wirklich ähm eiskalt so wie wir es brauchen ne ist vielleicht wirklich besser dann brauchen wir noch irgendwas nö und die Waffenschmiede haben wir ja davor ne das ist ja die ne das ist das Abendhaus ne wo haben wir die Waffenschmiede hier kann ich sagen hier unten war sie doch irgendwo super das heißt wir produzieren jetzt Seile und Waffenschmieden direkt äh Waffen direkt nebeneinander ich denke damit kommen wir dann ich hoffe relativ schnell auch vom Fleck und dann gucken wir mal was hier schon an äh ich wollte doch hier hoch was haben wir hier denn schon an ähm doch seid unbesorgt ich kann euch Ersatz beschaffen ach das ist ja toll wartet mal jetzt muss ich mal gucken wenn der mir jetzt ein neues Flaggschiff anbietet auch ihr müsst euren Beitrag leisten ja 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 hat er wieder seinen Willen gekriegt ne toll 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 wollte ich nicht so das parken wir hier direkt bei uns davor so jetzt wollte ich aber gucken wie viel Brote wir hier schon haben in unserem Lager ach guckt mal 18 Brote das ist toll das ist toll dann verschwenden wir jetzt mal keine Zeit und erstellen eine neue Route und diese Route wird heißen ich nenn's schon mal Brot und Bier ne und der startet in hier muss man mal gucken wo das denn auf blinkt Drehö irgendwas die vom Schiff geladen nein die sollen aufs Schiff laden und zwar Brot und im Idealfall Bier haben wir natürlich nicht jetzt fügen wir noch das Heimatkonto dazu das ist Wolfshafen da haben wir dann zeigt Waren an die die vom Schiff geladen werden können und das ist dann natürlich auch wieder Brot und Bier das brauchen wir ja so und dann haben wir ja unsere Daria welche ist denn das jetzt da muss ich gucken Scorpio ist da oben ne genau das ist das was wir haben wollen super das war's ja gut mehr brauchen wir nicht seht ihr und schon geht's los und dann kriegen die auf jeden Fall schon mal ihr Brot und jetzt muss ich gucken für einen Kräutergarten ähm ähm brauchten wir ja noch neu ähm 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 mehr Patrizia ne Patrizia haben wir leider noch nicht genug aber erstmal können wir vielleicht ein paar mehr Grundbedürfnisse ähm befriedigen damit wir ähm die halt nicht mehr so böse haben und dann zahlen die ja auch deutlich mehr ja seht ihr schon geht's los es fehlt ihnen natürlich nur noch das Brot hier das ist schon mal super Kirche können wir halt noch nicht bauen weil wir uns noch nicht darum gekümmert haben dass wir ähm halt Glas haben das würde ich auch gern erst in der nächsten Folge machen dann müssen wir uns auch um die Lederwämser kümmern natürlich die sollen uns ja auch nicht erfrieren wie gesagt grundsätzlich wird erstmal Brot und Bier ins Laufen bringen ganz wichtig ist natürlich erstmal dieses hier Ihre Bevölkerung kann das Bedürfnis nach Glauben nicht stillen das ist toll ähm das ist aber gerade nicht wichtig ja Kleidung Leinenkutten ach da geht es wieder los das heißt wir brauchen wahrscheinlich einfach noch eine Hanfplantage weil es einfach nicht ausreicht und wo setzen wir die hin im Idealfall vielleicht gleich hier mit hin das machen wir in dieser Folge jetzt noch damit wir grundlegend erstmal alles haben was wir für die Produktion so brauchen komm ich versuche das einfach mal dass wir die hier hin bauen wir brauchen ja nur vier Felder ja das war es schon mal nichts ähm bäm machen wir weg gucken ob wir in die Richtung noch Platz haben ja dann kommt es hier hin das Handfeld naja man kann sich ja auch mal irren stimmt's? nein so da kommen jetzt noch Handfelder hin ich denke mal wir werden über die Zeit wahrscheinlich noch deutlich mehr bauen müssen ich will hier unten die Straße lang haben dass wir hier ein bisschen schneller handeln können dass das hier schneller an diesem Platz hier ist ne ihr wisst schon was ich meine Markthaus schon klar gut kleine verwirrte Folge ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann schauen wir mal was wir in der nächsten Folge hinkriegen ob wir denn unsere Patrizia etwas glücklicher gemacht haben vielleicht in der Zwischenzeit durchs Brot oder ob sie ganz rebellieren und sich sogar zurück entwickeln ausziehen keinen Bock mehr haben auf Wolfshafen gut also wir sehen uns in der nächsten Folge macht's gut